So einen wunderschönen guten Morgen hier zurück zu Far Cry 3 kurz Revue passieren lassen was letztes mal passiert ist wir sind entflohen von einem Gefangenenlager mittlerweile oder derzeit übersetzten und eingespielten und wirkenden Bösewicht und wir haben unser erstes Rebellenlager eingenommen und können jetzt hier unten an so einer Tafel Quests oder ja Quests annehmen, ne hier war das nicht wo waren die? Irgendwo war da eine Tafel war die weiter oben? Ja genau, ah hier genau hier haben wir sie wir können jetzt hier entweder einen Menschen jagen oder wir gehen auf Tierjagd ich würde erstmal die Tierjagd nehmen use the shotgun provide the specific location to exterminate rabbit dogs before they kill again alles klar aus einem guten Grund weil wir brauchen ja ach hier unten sehen wir schon wo es lang geht aber wir brauchen zur Zeit kann ich gerne mal zeigen wenn ich das aufmachen würde so Crafting ich möchte Wallet Loot Rucksack so um den Größe zu machen brauchen wir ah ne Tapir wo war denn das mit egal sie zeigen uns dann eh an also zeig es uns dann eh an wo das ist auf jeden Fall brauchen wir genau sowas ich mobs mir da jetzt mal dein Auto bestimmt nichts dagegen ist der Kaffee heiß ja und nicht überfahren ah ein fahrerisches Brennen so shopt dann ah ja da liegt es ja gut und wir gehen jetzt auf Hundejagd ja Leute also Greenpeace Aktivisten sollten jetzt weggucken ich glaube für die ist das jetzt nicht so angenehm Ups schleichen wir uns durchs Hund Alter wir müssen leise sein die dürfen uns nicht hören ich seh sie nicht doch hier oder ja Nummer 1 da kommt Nummer 2 blöde Sau einer noch erstmal aus so einer fehlt noch so einer fehlt noch der andere der andere ist aber glaube ich da runter gelaufen Ich finde, das ist eine der besten Ideen mit dem Sammeln von Tierhäuten, oder allgemein, diesem Crafting. Hat so einen gewissen schönen Nebeneffekt, wenn man jetzt nicht gerade... Wo ist denn diese... Ah, hier. Wenn man jetzt nicht unbedingt Quests machen möchte, Hauptfest oder sonst irgendwie mal was, geht man einfach Tiere jagen, Pflanzen sammeln. Es bringt einem eben immer etwas, ob ich mir jetzt eigene Medikamente baue. Oh. Ja, Shotgun ist zwar nicht schlecht, aber... Ja, meine AK ist weg. Ja, ja, dann fahren wir jetzt wieder zu dieser Dapel zurück. Ja, erst gehen wir Leute töten. Wenn wir was treffen würden. Leise ist zwar anders, aber... Was bist du denn? Jetzt kommt da oben wieder ein Auto. Noch so ein Ding! Glaubst du ja nicht. Ich möchte mich sterben. Oh, noch ein Auto. Sag mal. Oh, ich bin da. Oh, Munition. Ich brauche Munition, Mensch. So, da haben wir zumindest mal etwas. Wo sind jetzt diese komischen... Was auch immer das vom Tier ist... Wieder ein Auto. Ein Komodo. Spritzen haben wir auch keine mehr, sehe ich gerade. Das ist superschön. Können wir uns welche bauen noch? Haben wir noch Blätter? Nein. Grüne Blätter brauchen wir. Alles klar. Können wir sonst noch bauen? Nee, erst brauchen wir mal wieder grüne Blätter, damit wir uns halbwegs versorgen können. Ich will jetzt aber auch nicht hier schwimmen gehen, weil wenn mich jetzt ein... Ohne Witz ein Krokodil hier anfällt, dann sehe ich ziemlich... Dann sieht es ziemlich schlecht aus für mich. Das Auto. Oh, hallo Schildkröten. Nein, mówiret... Sodass ich mich nicht näherometers Ob so kann ich... die wieder leute Ach, der ist ausgestiegen. Alles klar, den gehe ich jetzt ganz gechillt morden. Einen Takedown. Und, und? BAM, Junge! Oh mein Gott, habe ich echt gerade BAM, Junge gesagt? Oh, grüne Blätter. White Leaf. Ich muss doch bestimmt auf der Karte auch angezeigt werden, oder? Wo grüne Blätter und so weiter wachsen. Ne, werden nicht angezeigt. Verdammt. Naja, dann gehen wir uns jetzt mal, begeben wir uns jetzt mal auf die Suche nach grünen Blättern. Und wir brauchen, kann ich auch gleich nachsehen, weil ich möchte mich erst so ein bisschen aufstocken, bevor ich hier weitermache. Loot Rucksack. Wir haben jetzt zur Zeit, glaube ich, 26 oder so und wir brauchen Tapir heute. Und Tapir sind ja sowas wie, ähm... Oh oh. Ach. Sind nicht böse. Tapir sind ja sowas, so Murmeltier mäßige Dinger. Was wir übrigens gut gemacht haben, weil ich kann ja hier, also hier sind Dingos und Tapire. Tapire werden mir hier gar nicht angezeigt. Aber ich sollte mir... Ach, hier unten sind Tapire. Naja, wir gehen einfach mal hier hin. Dann gehen wir uns da unten Tapire sammeln, weil hier oben finden wir natürlich nichts. Dingos brauchen wir jetzt noch nicht. So. Map. Wegpunkt setzen, direkt auf das schöne Tapir. Und dann gehen wir jagen. Es ist schön, dass an jedem Ausgang ein Auto für uns stehen würde. Blaues Blatt, ein gelbes Blatt, ich brauch grüne Blätter. Oder? Ups, falsche Taste. Ja, grüne Blätter. Aber man kann sie ja nicht genug haben. Ich will natürlich auch nicht so lange schwimmen hier wegen GroKolisken. Auf was schießen die da oben? Oh. Das ist ein T-Shirt. Dieser Tiger hat hier gerade zwei Leute gerissen. Oder zumindest ein. Und da hinten geht's wieder und rum. Schick. Ah, und grüne Blätter. Da oben ist ein grünes Blatt. Genau dich suche ich. Da oben ist noch eins. Ach, dich nehmen wir auch nur mit, wenn wir schon mal hier sind. So, die fahren eh weiter. Gehe ich halt von hinten ran. Munition ist hier auch sehr knapp bemessen, was ich sehr gut finde. Ja, ich müsste den... Was ist der Teufel? Oh, oh. Da war schon wieder so ein... So, oh ja. So eine Waranscheiße. So, jetzt gehen wir auf Crafting. Wählen hier unsere Dinge aus und machen uns mal gleich zwei. So, was haben wir hier? Combat. Bauen wir uns natürlich auch. Die setzen wir auf... Die sieben. Müsste das jetzt gewesen sein. Wenn wir natürlich schon mal hier sind und der so schön auf uns wartet. Hier nehmen wir den natürlich mit. Noch einer. Nee. Jetzt müssen wir aber Tapire finden und da unten. Das ist auch sehr schön. Mit der Kamera kann man schön zoomen. Ein Tapir ist ja schon mal hier. Zwei brauchen wir für einen größeren Rucksack. Was haben wir hier? Da haben wir Tapire. Bis zum Stinken. So, das ist aber glaube ich ein Wildschwein. Ne, ist auch ein Tapir. Aber der ist alleine hier. Und da hinten sind Menschen. Das ist jetzt auch nicht gerade von Vorteil. Ich muss aber erst in Nummer zwei erwischen. Ich muss aber näher ran an die Dinger. Die wittert mich bestimmt gleich. Sehr gut. So, da kommt jetzt dieser Typ an die Hand. Nicht mit mir, Honey. Ach, der hat auch schon wieder nur ne Schlotflinte. Ne Schlotflinte. Schrotflinte. So, muss ich schnell sein beim Tapieren. beim Tapir Massaker. So. Ja, ja, ekelhaft zu Sachse. So, wieder in das schützende Dickicht. Crafting. Tasche. Loot. Select. Rugged Rucksack. So, jetzt haben wir auch mehr Platz. Und dann gucken wir uns gleich an wegen Wallet. Nee, Money. Ach, hier, nee, Munition. Genau. Hammer von Pistols. Kräft. Munition. Da wollte ich hin. Goat. Ziege. Aber die müssten doch eigentlich auch diesen komischen Tiger von vorhin da getötet haben, oder nicht? Ich meine, da liegt der hier irgendwo. Sieht ja nicht so aus. Oh, oh, Auto. Also das mit dem rumsliden, da liegt er doch, oder? Nee, da liegt nur ein Mensch. Ich hole mir jetzt noch einen Vogel hier. Nein, jetzt liegt er weg. Oh, oh. Das war jetzt natürlich sehr unschlau. Ach, Mann. Ja, sobald ich den Bogen habe, wird das Jagen dann auch etwas einfacher gestaltet. Was haben wir denn hier? Ein Geier? Nein, nur Federn. Also, sobald ich dann den Bogen habe, kann ich eben lautlos jagen und dann ist das alles etwas einfacher für beide Seiten. Ich muss nicht immer so laut sein und die verlieren weniger Freunde. gut. Ja, zumindest müsste das hier leer sein, hier alle drei oben. Können wir noch schön mitlooten. Was haben wir hier? Banknoten. Alles nur zum Verkaufen. Also, sie fahren ja ganz schön oft rum hier. Ich habe hier nichts gegen Abwechslung, aber man muss ja echt schon übelst aufpassen hier. Da hinten wandern auch ein Baum. So, aber ich wollte jetzt Ziegen. Die sind auch wieder hier. Werden wir uns wieder hier hin begeben. So. Und werden uns jetzt hier oben arbeiten. Das ist der eine Wachtturm, den wir vorbereiten. Mal gucken, ob wir hier noch was kaufen können. Schick ist. Ich möchte etwas verkaufen und zwar diesen Daddybären. Ach, hier ist schon alles verkauft. Alles. Alles schick. Alles schick. Was bräuch ich da? Sell. Mein Spiel ist abgesch-